Fangen wir an. Wir wollen hier über die Welt von heute und vor allem die von morgen reden. Neue Perspektiven für Gesellschaft, Leben und Umwelt schaffen, das Ganze zusammen mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, hier mit ExpertInnen über ihre Herzensthemen zu sprechen. Ja, und vor allem auch darüber, was das alles mit uns zu tun hat. Was können wir tun auf dem Weg in ein besseres Morgen? Das Schöne ist, ich merke tatsächlich jeden Tag, egal was ich so höre, mit wem ich so spreche, ach geil, das kann ich vielleicht auch noch machen. Und dann merke ich wie du auch, ey, das wusste ich ja gar nicht. Ja, geil, aber jetzt weiß ich das ja. Und dann kann ich mir das annehmen. Und das waren so Augenöffner, dass du denkst, ach, in diesem Bereich stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht. Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ab dem 15. April jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Jetzt abonnieren auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform.